Jetzt wollen wir schalten zu meiner Kollegin Julia Wilczewski. Sie steht vor dem Buckingham Palace. Und Julia Alexander, der hat es ja jetzt gerade schon gesagt, der Premierminister wird nicht kommen, sagt, er möchte den Platz freihalten, wirklich für die Familie mit dieser wahnsinnig kleinen Teilnehmerzahl. Was wissen wir denn noch über die Beerdigung? Ja, also wie schon eben richtig gesagt wurde, Boris Johnson hat jetzt seinen Platz geopfert, der ihm eben zustünde. Weil er sagt, ja, natürlich soll die royale Familie da Vorrang haben. Es sollen möglichst viele innerhalb dieses sehr begrenzten Rahmens teilnehmen können von der royalen Familie. Und ja, die Trauerfeier wird im Fernsehen ausgestrahlt werden. Das ist jetzt sicher, eben weil davon abgeraten wird und auch eben ganz klar kommuniziert wird, bitte nicht anreisen, bitte nicht zu Schloss Windsor kommen. Also auch an die Royal-Fans und an die Menschen, die ja normalerweise eigentlich ja ihr Tribut zollen würden. Es wird sehr stark davon jetzt aufgrund der Corona-Pandemie davon abgeraten, irgendwie da hinzureisen und hinzukommen. Und deswegen wird es ein TV-Event in diesem Sinne werden, damit die Menschen von zu Hause aus teilnehmen können. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.